liebe zuschauende willkommen zu einer neuen ankündigung zusammen mit mir ich bin felix der weise heute am 21 september 2022 war es endlich soweit entwickler daftel games veröffentlichte den lang erwarteten add-on manager für die playstation 4 und die playstation 5 der add-on manager wurde zunächst für zwanzig wird zwei veröffentlicht dem vorgängerspiel von zwanzig wird 3 der add-on manager ermöglicht es spielerinnen und spielern auf der playstation 4 und der playstation 5 das sogenannte 64 gigabyte limit zu umgehen auf den beiden konsolen gibt es dieses limit für add-ons und dlcs in enger zusammenarbeit mit sony gelanges entwickler dtg nun dieses 64 gigabyte limit mit dem neuen add-on manager zu umgehen spielerinnen und spieler auf der playstation 4 und playstation 5 können nun alle dlcs für transom wird zwei installieren der add-on manager wird innerhalb der nächsten 24 stunden als update für transom wird zwei verfügbar sein nebenbei wird dieser add-on manager auch einige speicherprobleme auf der playstation 4 und playstation 5 beheben oft kam es gerade auf der playstation 4 häufig zu dem sogenannten out of memory fehler das heißt transom wird zwei stürzte ab mit hilfe des add-on manager sollen auch einige dieser probleme behoben sein das ganze speichermanagement von schwänzen wird zwei und sicher auch von zwanzig wird drei soll auch in den künftigen monaten und jahren durch regelmäßige updates behoben werden doch der fokus liegt zunächst erst einmal darin dass der add-on manager nun so schnell wie möglich auch für das nachfolgespiel schwänzen wird drei verfügbar sein soll wann das sein würde dafür gibt es noch keinen termin entwickler dtg nannte jedoch den termin für die nächste road map die nächste road map für schwänzen wird drei und für zwanzig wird zwei soll am donnerstag dem 6 oktober 2022 veröffentlicht werden die road map für zwanzig wird ist eine übersicht über alle aktuellen entwicklungen für dieses spiel dazu zählen updates patches und dlcs was ist eure meinung zum neuen add-on manager für zwanzig wird zwei konntet ihr den neuen add-on manager auf den konsolen schon testen wie sind eure erfahrungen und welche tools wünscht ihr euch noch für zwanzig wird zwei beziehungsweise zwanzig wird drei schreibt doch mal in die kommentare ich danke euch bis dahin fürs zuschauen freue mich wenn ihr am nächsten video wieder dabei seid habt bis dahin eine schöne zeit euer felix der weise